Und willkommen zurück zu Let's Play... Ja, ihr wisst ja, was wir hier spielen. Sieht aus wie Minecraft... Ist auch Minecraft. Also würde ich sagen, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt heißt es doch gesagt, verdammt. Und ich glaube, wir mussten beim letzten Mal tierisch Holz hacken. Ja, die Kisten waren ja alle leer. So, Holz hacken, Holz hacken, Holz hacken. Axt haben wir soweit noch. Hier ist noch ein Steinschwert drin. Noch ein Steinschwert. Okay. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen her. Oh, klar. Oh, was ist denn da los? So. Schnappen wir uns hier den Baum. Wie in jeder Folge starten wir damit, einfach mal Holz zu hacken. Und wir haben das mal so getestet jetzt. Wir haben jetzt nicht direkt die Welt hier auf den Server gepackt. Ah, oder für eine neue erstellt. Für ein Minecraft Together. Und mit wir sage ich noch nicht, wer. Kennt ihr eh nicht. Haha. Noch nicht. Wir haben mal eine Folge aufgenommen, so spaßenshalber. Und dann werden wir mal sehen, ob die ganz gut ist. So, wie die denn so ankommt. Wann die rausgebracht wird, das verratigt noch nicht. Weil ich das selber nachher nicht weiß. Kommt aber alles noch. Auf jeden Fall. Da sage ich Bescheid. Spätestens hier bei Facebook. Und ansonsten seht ihr das ja, wenn es in der Abo-Box dann erscheint. Deswegen schön abonnieren, dranbleiben. Und dann werdet ihr das schon erfahren. Und ich habe auch festgestellt, man, ich habe so viel Feedback jetzt gekriegt für Mass Effect. Leute, es tut mir leid, aber ich kann den ersten Teil leider nicht weiter let's playen. Weil dieses Spiel einfach nicht mehr starten will. Selbst auf meinem neuen PC nicht. Ich habe es mehrmals versucht jetzt. Ah, nee. Ich könnte so kotzen. Aber gut. Alternative ist natürlich schon längst vorhanden. Deswegen werde ich bei Gelegenheit mit Mass Effect 3 fortfahren. 2 werden wir dann einfach mal auslassen. So wird dann die Vorgeschichte auch bei Mass Effect 3 nicht importiert. Und wir starten sozusagen komplett neu. Aufnehmen muss ich das Ganze noch natürlich. Dafür habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so ganz die Zeit gehabt. Wie ihr vielleicht merkt, hänge ich ja schon mit Minecraft hier manchmal total hinterher. Und ich will mich auch nicht überladen so mit Projekten. Und dafür sind die Zuschauerzahlen auch noch nicht so hoch, dass sich das jetzt wirklich lohnen würde. Abgesehen davon startet jetzt Ende Februar sowieso ein neues Projekt. Und dann haben wir schon mal zwei Videos pro Tag, die ich dann raushauen müsste. Und das reicht dann auch. Das müsste dann wirklich, also ja gut. Müssen wir dann wirklich schauen, wie ich das am besten hinkriege. Auf jeden Fall wird das lustig. Und ich habe immer wieder so den Gedanken gehabt, lasse ich Minecraft irgendwie doch mal sausen. Quatsch. Ich wollte jetzt nicht die Blätter, die haben wir das mal schon gemacht. Ob ich Minecraft nicht einfach mal sein lasse, weil das ist einfach so alt. Es gibt es jetzt mittlerweile schon so lange. Ich meine, das Spiel ist wirklich geil. Also ich habe da total Spaß dran und so weiter und so fort. Aber es ist einfach mal ausgelutscht. Abgesehen davon macht jeder Let's Player irgendwie Minecraft. Und nee, ich bin nicht so. Noch mein eigenes Ding hier, schaust er. Und deswegen schauen wir mal, wohin uns das Ganze führen wird. Ob wir dann nun ewig noch Minecraft weitermachen werden. Aber gut, im Moment auf jeden Fall ja, weil ihr wisst ja, diesen Monat war ja nun, also den letzten Monat war ja nun wirklich absolute Flaute in Sachen Videospielen. Und das finde ich nicht so geil. Also ich habe wirklich krampfhaft geguckt, ob es irgendwie ein Spiel gibt, was vielleicht geil sein könnte. Aber so eine Sachen wie Starbound oder Rust oder keine Ahnung, so diese ganzen Indie-Dinger, die interessieren mich nicht. Ich bin für große Spiele, so geile Sachen. So die Blockbuster unter den Spielen, die will ich. Und deswegen wird es da auch dann was geben. Wie gesagt, jetzt Ende Februar, ich sage noch nicht wann, wird dann bei Facebook angekündigt. Und deswegen schaut öfters mal rein, dann werdet ihr auch erfahren, was da genau Faser ist. Weiß ich jetzt überhaupt viel Holz? Ein Stack noch was? Ja, das ist schon mal gut. Das ist gut. Und ich habe schon wieder vergessen, mir Themen rauszusuchen, weil ich einfach mal voll inkompetent bin. Mann. Aber ich bin heute total motiviert. Und draußen ist gerade total Lärm. Ich hoffe mal, das hört man bestimmt in der Aufnahme. Aber gut. Vielleicht sollte ich mir echt mal angewöhnen, das Fenster zuzumachen, wenn ich aufnehme. AdSent. Ah, es wird lauter. Dieses Reinigungsfahrzeug kommt näher. Und Achtung. Jetzt wird es richtig laut. Hoffe ich. Nicht. Also ich höre es auf jeden Fall extrem. Hallo. Reicht jetzt auch. Ist das laut, ey. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Alter. Erstmal der Nachteil, wenn man so einer etwas größeren Straße wohnt. Aber gut. Was soll es? Da müssen wir jetzt durch. Fahrzeug ist jetzt vorbei. Geschrubbt. Und es ist hier hoffentlich wieder Ruhe. Weil Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Versteht er? Und die Setzlinge hauen wir hier auf jeden Fall wieder hin. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Reicht. Haben wir alle. Holz haben wir jetzt wieder so ein bisschen Hammer. Wie gesagt. Ich will jetzt in den Folgen nicht immer so sechs Jahre lang Holz sammeln gehen. Geht mir nämlich tierisch auf den Sack. Aber den Bob nehmen wir noch mit. Vielleicht nehmen wir den mit der Axt auch mal mit. Ja. Gut. Dann so viel dazu. Dann machen wir das mit der Handkante. Kein Problem. Mal hier hin auf Karate Tiger. Kennt den Film auch jemand von euch? Karate Tiger ist auch schon ein bisschen alt. Älter. Da waren die meisten ja noch Quark im Schaufenster. Und äh. Also ich kenne ihn glaube ich noch. Mega alt. So. Auch hier war der Eingang. Mensch. Können wir ja direkt rein und runter. Wir haben ja hier eine Treppe hin gebastelt. Die zwar völlig kacke aussieht. Weil sie mit einem Weg ist. Aber gut. Hier haben wir noch ein Hähnchen. So. Und Clash of Clans zeigt mir an, dass meine Truppen einsatzbereit sind. An die Kampfbereit. Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja. Hier. Wollte mal hier ein bisschen Laminat verlegen. Damit wir den Keller hier dann auch mal bald fertig haben. Also fertig ist er ja noch lange nicht. Er geht ja noch ein bisschen da. Die Richtung. Aber halt alles zu seiner Zeit. Erstmal hier den komischen Boden reinsetzen. Und hier vielleicht auch noch. So. So. Und wir brauchen noch mehr Holz. Vielleicht sollte ich mir noch eine Axt machen. Weil ich werde mich bestimmt noch mehrmals verbauen. So. Es geht doch auf jeden Fall voran. Das Dach haben wir soweit fertig. Dann können wir danach mit den Anbauten schon fast beginnen. Ich möchte nämlich als erstes unser Schlafzimmer bauen. Also als allererstes. So. Hier brauchten wir noch ein paar Trappen. 20 Stück müssen reichen. Wir müssen nicht unser ganzes Holz verballern. Ihr wisst ja, wir brauchen das noch für die Decke. Achso. Hier fehlt ja auch noch Decke. Das Holz. So. Wie machen wir das jetzt so? Ja doch. So kann man das erst mal lassen. Also das ist jetzt kein. Das wird jetzt nicht lange so bleiben. Das sieht nämlich. Irgendwie sieht es doch ein bisschen komisch aus. So. Hier kommt es in die Decke rein. Und. Mal schauen. Und heute werden ja die. Ja doch heute. Also es ist ja jetzt die Aufnahme für heute. Die ich gerade mache. Heute werden ja die Beta Keys für Titanfall verlost. Und ich hoffe ja persönlich, dass ich auch einen bekomme. Ich weiß nicht. Ich glaube die Beta. Ich weiß gar nicht, ob ich die aufnehmen darf. Aber ansonsten würde. Würden Miles oder ich. Mal so ein oder. Die ein oder andere Folge raushauen. Eisen. Brauchen wir. Nein hier. Da würde auf jeden Fall. Wäre bestimmt lustig mal eine Runde Titanfall zocken. Hätte ich auch voll Bock drauf. So. Ach komm wir machen noch eine. Einfach weil wir es können. Das Eisen hauen wir dann hier. Ja. Hier rein. Äpfel auch. Samen können wir da reinhauen. Ich frag kann, kommen wir denn hier hin. Und woran stehen geblieben? Ach ja. Wir haben unsere. Wir wollten jetzt hier ein bisschen was abbauen wieder. Weil ich ja gefehlt habe. Ich sage, ihr könnt das sehen. So schnell geht das. Altersdemenz. Weit fortgeschritten. Wo ist denn er? Ich habe doch gerade zwei abgebaut. Hä? Wo ist mein Block hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Zulendert. Sehr gut. Da war er. Da war er. Und dann fehlt hier noch das Stück. Und dann haben wir hier unten so weit glaube ich fertig. Nur noch halt nach hinten so ein bisschen. Und das Lager noch ein bisschen größer wird. Und dann können wir uns hier jetzt mal schlafen legen. Warum fehlt hier ein Holz? Stück. So. So. Jetzt mal schön eine Runde haiern. Zack. So. Und es wird ja auch wieder so eine Last Minute Aufnahme jetzt. Da ich ja. Da ich ja. Gleich wieder los muss. So. Diese üblichen Dinge erledigen. So. Machen wir mal so. Und so. Platte. Nehmen wir mal zwei mit. Und dann setzen wir den mal hier so rein. Einmal hier. Und so. Zack. Und hierfür noch Bücherregale. Kann man das noch weiter verzaubern? Nö. Ich glaube da müsste man dann halt sich so ein Plugin holen. Ach so ein Plugin. So eine Mod mit. Wetter. Kaka. Und ich habe völlig vergessen zu gucken wie diese komischen Falltüren gingen. Aber es kann doch nicht so schwer sein. So gehen die. Zack. Dann machen wir mal noch ein paar von. So. Machen wir mal so viel schneller. Machen wir mal erstmal. Ja komm. Ja komm. Hauen wir jetzt hier die Dinger weg. Komm hier so noch. Zack. Wir haben mal 18 Türen und dann brauchen wir Glowstone. Dann brauchen wir Eichenlauch. Nehmen wir mal ein Stack mit. Schere können wir jetzt hier lassen. Den brauchen wir erstmal nicht. Und das war es dann eigentlich schon. Dann können wir jetzt mal hoch gehen. Andere Seite. So. Ich glaube das wäre besser wenn die Treppe hier von links und rechts nach oben geht. Bloß mit dem Anschluss ist es wirklich nicht so leicht. So. Ja doch das ist Eichenlaub. So. Aha. Verschiedene Texturen ist ja auch cool. Ja die Frage ist lassen wir es jetzt so oder lassen wir es so. Ich würde schon fast sagen so. Könnt ihr ja mal eine Kommentare schreiben was ihr dazu denkt. Ich bin gerade irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig. Prozentig überzeugt. Dann können wir hier noch einen hinsetzen. Die Fackel nehmen wir mal mit. Ich finde es immer wieder interessant wenn man so die Pflänzchen hinsetzt. Dass das Haus ganz anders lupt. So und jetzt mal hier noch so einen Kollegen hin. So. Und ihr fragt euch ja bestimmt. Ne ihr fragt euch nicht. Die wisst es ja. Warum man da halt Clostor nimmt. Weil die sind ja dann am Ende doch versteckt. Und man kann halt doch ein bisschen Beleuchtung hier reinbringen. Indirekt. So heimlich. Eine heimliche Beleuchtung. Wir können auch hier so einen hinsetzen. So einen Kollegen. Muss halt bloß gucken. Weil die Treppe wie gesagt die wurde hier so. Dann wird abgerissen. Kommen die Fackel hier weg. Hier so ein Pflänzchen hin. Na ja gut. Kann man machen. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus wie ich mir das eigentlich vorstelle. Hier in die Ecke. Und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal. Und so. Ja. Für den Garten reicht es. So. Da ist ein Netherportal. Da ist die Treppe hoch. Dann können wir hier mal den ganzen Krempel eigentlich rausholen. Und in die Kisten verteilen. Oh schon voll. Machen wir erstmal von einer Alleskiste in die andere. Die Pfeile behalten wir. Jetzt behalten wir. So. Und hier ist halt dann die andere. Hier ist halt die Ausrüstungskiste eigentlich. Nehmen wir die hier. Ja die Treppen. Ja doch die brauchen wir erstmal nicht mehr. Stecks sollten wir vielleicht auch mal behalten. Wo wir die jetzt nicht so wirklich brauchen. So. Hier dann den Rest. Unsere acht Diamanten. Dann können wir die Kiste nämlich weghauen. Zack. Und ich habe gehört es gibt wohl Probleme mit Folge 108. Da wurde mir gesagt dass es da wohl ganz tolle Probleme gibt. Dass die Aufnahme sich wohl nicht starten lässt. Und ich weiß nicht warum. Fragt mich nicht. Keine Ahnung was da los ist. Mich stört das auch so ein bisschen. Weil ähm. Man steckt da halt so viel Arbeit rein. Und dann können die Zuschauer es gar nicht sehen. Finde ich nicht in Ordnung. Aber gut. Ähm. Kann man halt jetzt leider nichts machen. Weil ja die Aufnahme bereits da ist. Und äh. Soweit ich aufgenommen habe. Wird die Aufnahme noch gelöscht. Dann wieder. Von der Festplatte. Weil externe Festplatten kann ich mir gar nicht anschaffen. Dass ich da jetzt so dann alle Aufnahmen rauf. Ola. Also eigentlich kann ich es schon. Doch. Ich kann es. Und mir fällt gerade ein. Ich sollte mal die Musik irgendwie wieder ausmachen. Sonst gibt es hier so einen komischen Remix. Fällt mir nämlich gerade so ein. Dass ich die ja dann hier angemacht habe gestern. In der Aufnahme. So mal hier wachsen auch schon wieder die Bäumchen. Dann können wir uns irgendwann mal hier so um die Front kümmern. Ich denke mal schon, dass wir das so auf der Höhe belassen können. Kommen hier die ganzen Steine weg. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Weil hier diese ganze obere Reihe. Und die da. Und die da. Die muss ja alles weg. Sozusagen. Dass das dann alles so wegkommt. Und da hier Stein ist, kann das dann auch weg. Wollen wir gar keine Steinfarm mehr. Der war zu viel. Das wird mir alles zu viel hier. Aber auf jeden Fall haben wir hier einiges vor uns. Mensch, 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 Mensch. Ich denke mal auch, dass wir hier mal so ab und zu ein bisschen was machen. Eine Spitzhacke wird sowieso gleich wie ein Geist aufgeben. So, genau. Jetzt gleich. Na? Jetzt. Hä? Was war das denn? Erstmal Verwirrung stiften oder was? Dann hopsen wir mal hier wieder zurück. Ich sehe auch gerade die Aufnahmezeit ist schon wieder. Oh Mensch. Mensch, 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 Mensch. Ich habe ja jetzt wie gesagt heute nur eine Folge aufgenommen. Die muss ich jetzt auch gleich fertig machen und raushauen. damit ihr die pünktlich zu 18 Uhr bekommt. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll. So, die Erde behalten wir. Die brauchen wir ja gleich. Kloster und Pfeiltüren können wir jetzt da rein machen. Und dann basteln wir uns, bevor wir in die nächste Aufnahme starten, noch eine... Oh, zwei Spitzhacken und verzaubern die... Lass euch die Sticks weg. Da. Verzaubern die mal noch. So, just for fun. Weil wir können sowieso im Moment nicht so viel mit den Leveln anfangen. Ich hätte außerdem mal Bock, mir eine Diamantrüstung zu machen. Aber dafür haben wir noch zu wenig Diamanten. Brauchen wir noch ein paar. So. Zwölf. Sag mal, Haltbarkeit 2. Na, wow. So, mal hier rauf. Haltbarkeit 1 und Effizienz 2. Die ist irgendwie besser als die. Obwohl ich hier bloß 5 Level investiert habe und dann 16. Na gut. Denkt mal nicht drüber nach. Komm, wir gehen mal wieder in unser komischeren Bunker hier. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut. Bis dann und tschau soon.